In Philipp steckt unglaublich viel Potenzial. Und zwar auf so vielen Ebenen. Er ist ein unglaublich sozialer Mensch, der sehr liebevoll ist, der sein Herz aber auf der Zunge trägt. Er ist sehr ehrgeizig und er ist jemand, der an sich und seine Ziele glaubt. Was machen solche Worte mit dir? Die gehen unter der Haut. Die Worte von Ramin waren schon echt wirklich schön. Ja, vielleicht ist es auch so ein ganz kleines bisschen. Wahre Liebe gibt es halt nur unter Männern. Erleichterung. Hey, 4,3 Kilo sind okay. Achso. Ach, willst du eine Umarme? Komm her. Nein, nein, nein. Komm her. Komm, er will eine Umarme. Ja, danke, reicht jetzt auch.